die rpg nehme ich bei der satchel hier ist noch totenstille ich hab schon ja der hamster geht sogar haben wir genug ja die aber er schießt schon mit rpg auf mich also nicht auf den haus von hinten warte ich geh jetzt durch das dach rein hier sind noch zwei wie viel war hier auf einmal ich dachte es wäre aber schön gemacht ich war so die m4 dabei ist auch gut wieder reingeschaltet eine ich glaube einfach noch eine drohne wir werden oder mittel oder mitte ich glaube mitte ich sehe sie hier links hopsen ich gehe aufs dach drohne erreicht einsatzgebiete ich gehe über dings hat zumal grad schießen dass die zu dir gucken alle drei noch an meiner tür an meiner tür ich habe ich habe ich habe ich hatte den zuerst gar nicht gesehen ja ja also es war etwas zu fett leider als ich ihn gesehen habe ich habe ich habe bild gewasst ich habe bild gewasst wenn die runde gut ist wirst du es sehen sagen sie alle kopfgeld ziel gesichtet schnappt es heute ach jo genau der mate hat einen ziel gespendet das gas kommt näher kopfgeld ziel gespendet Schön. Sock das. Sock das. Sock das. Gut. Hits? Naja, die andere ist born. das missionsziel lautet das kopfgeld ziel auszuschalten ich sehe mich bei den hier unten da landet auch noch einer deutsche 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 minuten zwar sollte noch einer herumkriegt ja ich kann ihn nicht der war richtig sauer wir könnten noch mal in den shop ich gebe noch geld da kannst du eine direkt an machen und dann noch eine mit mir ja ich weiß was du willst ich bin beschlossen ja das war der das war der hatte eine ppsh zwei leute noch zwei leute die schießen auf mich das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone haben alle da war ich ja er hat gesagt er hat der hat an das war auch deutsch der hat gesagt er hat jetzt habe ich gerade einmal die gewählt das ist so nett von ihm ja ich gehe noch nicht an den loadout der hat an alle preise wieder normal warte mal noch vier gegen eins zusammen sehr schön sehr schön sehr schön nur noch fünf bring es zu ende was letztes team ja letzter oder boah der teammate soll ins wasser cheartbreak knock ach da hinten da tut sich was ich habe fast ins auto eingestiegen da hinten habe ich einen knock gehabt ich glaube der ist tot ja und den im fahrzeug habe ich gelasert schöne runde geile runde der mädchen war auf jeden fall nicht schlecht eine schöne runde muss man sagen shotgun macht bock der beste moment war es der eine gesagt hat das ist immer sehr schön schön mit der iso du hattest auch amex gespielt ja was du hattest amex auch gespielt ja genau amex und galo gg guys easy win Vielen Dank.